In diesem Video erfährst du, wie du dir dein eigenes 100.000 Euro Depot aufbauen kannst, beziehungsweise wie du daran gehen kannst, wie du langsam so die ersten Schritte gehen kannst. Das heißt, wir gucken uns das Ganze hier komplett an und was für Aktien wir uns denn jetzt am Anfang direkt ins Depot reinnehmen. Natürlich kann ich euch das Ganze auch anhand meines Depots zeigen. Ich habe jetzt hier fast 100.000 Euro zusammen. Das heißt, ich würde schon sagen, ich weiß ungefähr, wovon ich hier rede. Um das Ganze jetzt aber nicht zu verfälschen, habe ich mir bei Scalable Capital hier nochmal ein neues Konto erstellt, was wir jetzt dann quasi zusammen aufbauen. Das heißt, da wird es in Zukunft auch noch mehr Videos zu geben. Und wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr unbedingt da nichts verpassen wollt, dann lasst jetzt schon mal ein kostenloses Abo da und liked dieses Video. Und ich würde sagen, dann starten wir schon direkt los. Also wir machen uns einen Account. Das ist schon mal das Erste, was ihr machen solltet. Entweder bei Scalable Capital in meinem Fall jetzt oder bei Trade Republic. Natürlich gibt es da draußen noch jede Menge andere Broker, aber das sind jetzt so die besten zwei, würde ich sagen, die man jetzt erstmal für den Anfang nutzen kann. Dann kommen wir natürlich direkt zum nächsten Punkt. Ihr sagt da draußen, ja, ihr habt überhaupt gar kein Geld. Das heißt, bevor wir uns jetzt überhaupt hier eine Aktie raussuchen können, müssen wir erstmal Geld haben. Wenn ihr jetzt natürlich noch in der Schule seid, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann braucht ihr natürlich einen Nebenjob oder irgendwas, wo ihr einfach ein Einkommen generieren könnt. Wenn ihr aber schon am Arbeiten seid und ihr sagt, ja, nee, ich habe da trotzdem kein Geld für, würde gerne mehr sparen, aber geht irgendwie nicht, dann sage ich euch 100 Prozent, doch, das funktioniert. Jetzt kommt da von euch natürlich, nein, aber, 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 aber glaubt mir, sage ich auch mal aber, es funktioniert. Wie funktioniert das Ganze? Wir müssen uns einen kompletten Plan von allen Einnahmen und Ausgaben machen. Das heißt, ihr macht euch eine Excel-Liste und schreibt komplett von oben nach unten alles auf, was ihr an Einnahmen habt und komplett, was ihr an Ausgaben habt. Und ich wette, ihr werdet Sachen dabei finden, wo ihr sagt, oh Gott, wieso zahle ich dafür überhaupt so viel? Weil manche Sachen, die kann man halt einfach nicht großartig beeinflussen, wie zum Beispiel eine Miete, die muss man natürlich immer bezahlen, aber andere Sachen, wie zum Beispiel Netflix, Amazon oder vielleicht auch euer Internet oder Handy, da kann man vielleicht nochmal den Tarif wechseln und ein bisschen Geld sparen und das Geld dann hier zum Investieren nutzen. Das wäre natürlich jetzt so der erste Step, den ihr machen solltet. Ich habe das Ganze bei mir damals nämlich eins zu eins genauso gemacht und habe dann gemerkt, okay, ich kriege hier tatsächlich ganz schön viel Geld zusammen. Ich habe dann gewisse Sachen einfach komplett gestrichen und gesagt, nee, dafür möchte ich kein Geld mehr ausgeben und so weiter. Da kann man auf jeden Fall hinkommen. Ihr müsst es natürlich wollen, das steht natürlich an erster Stelle. Oder wenn ihr zum Beispiel am Rauchen seid, am Trinken, am Party machen und so weiter. Das sind so viele Dinge, wo ihr sagen könnt, okay, ich gehe vielleicht jetzt mal heute nicht Party machen oder ich rauche heute mal eine Zigarette weniger oder eine Zigarette wird schwierig, aber eine Schachtel weniger vielleicht. Dass ihr da so langsam in diese Richtung kommt und sagt, okay, ich möchte in meinem Leben was verändern. Ich möchte mir hier wirklich Geld sparen, wofür auch immer. Ihr braucht natürlich ein Ziel. Selber müsst ihr für euch ein Ziel finden. Für mich ist das Ziel, irgendwann die Millionen erstmal zu erreichen. Für euch da draußen ist vielleicht das Ziel, okay, ich möchte unbedingt jetzt erstmal 1000 Euro, 10.000, 100.000, je nachdem, was eure Ziele so sind und wofür ihr das Ganze dann hinterher nutzen wollt. Ich möchte das gerne komplett in der Altersvorsorge dann hinterher nutzen. Ihr da draußen sitzt vielleicht da und sagt, ja, nee, ich würde das gerne als Anzahlung für ein Haus nehmen. Kann man ja zum Beispiel auch machen. Da gibt es ja so viele verschiedene Varianten, wofür man das Ganze dann nutzen kann. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall ein Ziel. Das müsst ihr euch setzen. Egal, wie weit es erstmal weg ist, ihr braucht ein Ziel, wo ihr hinwollt. Und das müsst ihr auch immer wieder hervorheben und immer wieder sagen, nein, ich möchte das aber, ich möchte das aber, ich muss das jetzt hier ändern, ich muss da ein bisschen was anpassen, damit ich dann irgendwann an mein Ziel komme. Wenn das Ganze jetzt aber trotzdem nicht funktioniert und ihr einfach überhaupt nicht an Geld kommt, ihr findet nichts, ihr sagt, nee, irgendwie, ich kann hier nirgends so mehr sparen, kann ich in der heutigen Welt auch verstehen, es ist alles sehr teuer geworden. Dann muss man halt schauen, okay, kann ich irgendwelche Nebeneinkünfte einfach generieren? Und da kommt quasi dann auch mein Channel hier ein bisschen mit ins Spiel. Das soll ja hier in Zukunft auch alles immer so ein bisschen mehr in Richtung Online-Geld verdienen gehen. Das heißt, da könnt ihr euch natürlich sehr viele Varianten raussuchen, wo man jetzt auch nicht so viel Startkapital braucht, wo ihr dann einfach noch ein Nebeneinkommen generieren könnt, was ihr dann wiederum investieren könnt. Aber darum soll es heute gar nicht so extrem gehen. Ich möchte mit euch heute hier ein Depot aufbauen, was wir quasi zusammen uns anschauen. Ihr dürft auch gerne Vorschläge für Aktien und so weiter in die Kommentare schreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das soll wirklich dazu dienen, dass ihr euch mit einbringen könnt. Das heißt, als Beispiel, ich habe jetzt mir Tesla rausgesucht, weil das Ganze hier einfach wunderbare Einkaufslevel momentan hat. Alles andere, wenn wir uns als Beispiel einmal Nvidia angucken, brauchen wir, glaube ich, nicht darüber reden, dass wir da jetzt nicht großartig rein investieren, wenn wir das nicht schon sind. Ist ein bisschen zu weit oben. Da brauchen wir erstmal ein Pullback, bevor wir da großartig rein können. Aber generell gibt es natürlich noch ja jede Menge andere Aktien. Ich habe mir jetzt Tesla rausgesucht, weil es da auch in letzter Zeit sehr ruhig geworden ist. Wir hatten hier auch eine schöne Korrektur jetzt runter von 57%. Andere würden sagen, ja, kauf doch nicht ins fallende Messer. Aber ich sehe da auf jeden Fall Zukunft in Tesla. Nicht, was jetzt unbedingt das Auto angeht. Also Tesla Auto, versteht mich nicht falsch, ist jetzt nicht so mein Favorite, ist jetzt auch nicht so klasse. Aber alles, was dahinter steckt, was Elon Musk noch so macht, mit künstlicher Intelligenz, mit AI, mit Robotik und so weiter und so weiter. Also da sind ja noch ganz viele Dinge, die im Hintergrund laufen, die man jetzt so am Anfang gar nicht so sieht. Das heißt, man denkt Tesla, ja Auto, ja nee, der macht noch ganz viele andere Dinge. Deswegen habe ich jetzt angefangen, okay, lass uns mal in Tesla jetzt hier einsteigen. Also habe ich mir bei Scalable hier einfach ganz normal ein Konto gemacht und habe gesagt, okay, lass uns hier erstmal mit 2000 Euro anfangen. Ihr könnt natürlich auch mit deutlich weniger anfangen. Ist übrigens auch keine Anlageberatung, was ich hier mache. Also das ist wirklich alles nur meine persönliche Meinung. Ich habe das Ganze jetzt so gemacht, habe dann hier Tesla gekauft. Ihr seht das Ganze hier unten, wir können hier auch einmal kurz draufklicken. Sehen wir hier auch nochmal den Chart und so weiter alles. Also bei Scalable sieht das alles auch sehr ähnlich aus wie jetzt zu Trade Republic. Finde ich auf jeden Fall klasse, damit komme ich sehr gut klar. Und hier unten sehen wir meine Position. Ich habe hier zwölf Stück gekauft und zwar hier unten im Durchschnittspreis von 161 Euro. Jetzt sind wir schon mal auf 165 Euro. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall schon, ja, 45 Euro plus gemacht. Ja, ist doch klasse. Haben wir direkt plus gemacht hier mit dem Depot und so sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, hier ist jetzt noch nicht viel drauf. Und warum mache ich das Ganze jetzt? Das mache ich jetzt nicht, weil mir langweilig ist und ich mache einfach nochmal ein zweites Depot. Weil wenn wir jetzt einmal rübergucken ins andere Depot, dann sehen wir hier, okay, das Ganze ist hier, ja, auf 93.000 Euro ist schon ordentlich nach oben gegangen. Aber ich möchte das Ganze ein bisschen diversifizieren. Ich kann jetzt nicht alles nur, ne, also es ist schon ganz groß geworden, das Depot. Ich möchte gerne einfach noch ein zweites Depot haben, wo ich dann einfach das Ganze ein bisschen splitten kann, dass ich nicht das komplette Risiko nur bei Trade Republic habe. Vielleicht könnt ihr das Ganze verstehen. Einfach mal ein bisschen das Risiko rausnehmen, falls nämlich dann doch irgendwas passieren sollte. Man weiß ja nie in der heutigen Welt, dann wäre das ganze Geld weg. Und das wäre mir natürlich das Risiko dann nicht wert, wenn dann hinterher hier vielleicht sogar 200.000 drauf sind. Also habe ich gesagt, gut, mache ich mir hier ein neues Konto. Ist ja auch nicht verkehrt. Kann man auf jeden Fall machen. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht so genau auf das Portfolio hier eingehen, weil darum soll es hier ja gar nicht gehen. Wenn ihr das hier aber wissen wollt, dann könnt ihr gerne auf meinen Channel gehen und geht hier ein bisschen runter hier. 84.000 Euro Aktiendepot-Update. Das ist das Video hier vor drei Wochen. Das heißt, ihr seht, das Ganze ist seitdem schon wieder ordentlich nach oben gegangen. Jetzt auf 93, einfach von 84, also nochmal knapp 9.000 Euro hier nach oben. Das ist schon sehr wild. Ist natürlich bei mir jetzt hier Nvidia geschuldet. Aber ich habe natürlich auch mein ETF hier am Start und ihr seht, mein ETF ist jetzt mittlerweile hier auch 31% im Plus. Und hier unten seht ihr in klein, in nächster Ausführung für meinen Sparplan. Der läuft hier natürlich weiter. Ich werde das Ganze jetzt vermutlich hier rüber switchen, dass wir ja hier auch einfach MSCI World dann kaufen werden. Dass wir das einfach ja hier jetzt weiterlaufen lassen, damit das Depot sich natürlich langsam nach oben hin aufbaut. Aber ich möchte hier auch sehr gerne noch weitere Einzelaktien kaufen. Das heißt, da kommt ihr jetzt ins Spiel. Das heißt, schreibt mal in die Kommentare, welche Aktien, wo ihr sagt, die dürfen hier auf gar keinen Fall fehlen. Die müssen wir jetzt kaufen. Und was gut wäre, jetzt nicht unbedingt Nvidia reinzuschreiben, weil die sind am All-Time-High, sondern vielleicht irgendwelche Aktien, die vielleicht so ein bisschen unterbewertet sind, wo ihr jetzt sagt, was hältst du denn davon? Ist das vielleicht eine Idee? Sollten wir das damit reinnehmen? Kann also auch ein bisschen exotischer sein. Und so würde ich das Ganze hier gerne machen. Natürlich werden wir das in Zukunft hier auf dem Channel noch weiter, ja intensiver besprechen, wie ihr das Ganze jetzt angehen sollt. Dafür würde das Video jetzt hier nicht reichen. Das ist jetzt erstmal so das Einsteiger-Video dazu, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und andere Sachen wie, ja, was kann ich denn als Nebenjob überhaupt machen? Das werden wir natürlich auch besprechen, was wir da so für Einnahmequellen einfach generieren können. Auch sowas wie passive Einnahmen, das wollen die Leute natürlich auch sehr gerne, finde ich natürlich auch klasse. Passiv ist immer richtig gut. Wir werden darüber reden, was sind ETFs, was sind Investitionen, kurzfristig, langfristig und so weiter. Also es gibt viele Dinge, die wir auf jeden Fall in dem Bereich hier noch besprechen können. Und generell kann ich jetzt hier nicht jedes Mal ein Video hochladen, nur wenn ich eine Aktie gekauft habe. Das wäre ja auch viel zu langweilig. Deswegen habe ich das Ganze in meine VIP-Gruppe dann komplett mit integriert. Wir haben jetzt hier auch einen Aktienbereich für investieren. Den haben wir am Start, wir haben einen Krypto-Bereich zum Investieren, wo ich auch immer alles komplett reinposte. Im Trading-Bereich haben wir Krypto, Forex und so weiter. Also ganz viele Sachen, die euch hier erwarten. Also wenn ihr da Bock drauf habt, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne zu uns stoßen oder ansonsten kommt ihr in die kostenlose Telegram-Gruppe. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, dieses Video zu liken und in die Kommentare zu schreiben, welche Firmen wir denn jetzt hier in unserer Depot ja mit aufnehmen sollen. Das war es heute von mir. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.